Herzlich willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Ich bin die Miri und wir blicken hier gerade auf den Ort des Geschehens, an dem der Bär in der letzten Folge unsere Kolonisten angegriffen hat. Unsere Spezialisten haben das geregelt, die haben den Bär gejagt und auch die Wildschweine, die hier gleich mitgemacht haben bei diesem Kampf. Ja, dadurch haben wir eine ganze Menge erstklassiges Fleisch erhalten. Weshalb ich aber eigentlich gerade hier drauf gucke, ist, mir ist gerade aufgefallen, hier arbeitet Antonio gerade an diesem Holzgebäude, baut hier offenbar Holz ab. Also das ist anscheinend auch was, was ich eigentlich ziemlich cool finde in dem Spiel, dass Arbeiter, wenn sie in ihrer eigentlichen Arbeitsstätte gerade nicht so viel zu tun haben, sich auch um andere Sachen kümmern. Das finde ich natürlich schon ziemlich clever, das heißt, die stehen da nicht einfach nur dumm rum, sondern die machen sich nützlich. Das gefällt mir. Sehr sympathisch. Die haben irgendwie Hunger und das ist, glaube ich, April, die immer noch unterernährt ist. Ja, Mädchen, dann warum gehst du denn nicht essen? Das zählt als krank, ja? Status krank. Ja, dann soll sie vielleicht mal hier in die medizinischen Zelte gehen. Das würde vielleicht helfen, ne? Naja, Baylor hat offenbar hier auch die Geschichte fertig mit den Bären. Ich wundere mich gerade hier über diesen Pfeil. Achso, das ist er. Okay. Dann schicke ich den mal hier rüber. Naja, okay. So, also wir haben eine unterernährte. Allerdings verstehe ich noch nicht so ganz, weshalb. Weil wir eigentlich genug unterschiedliche Lebensmittel haben, meine ich. Das heißt, wir haben halt beides Pflanzen- und Fleischbasis. Ich weiß nicht, ob wir einfach noch mehr Auswahl brauchen oder ob es was anderes ist, was wir brauchen. Wer weiß, ne? Auf jeden Fall fällt mir gerade auf, wir haben hier ein Lebensmittellager. Müssen wir die Arbeitszone hier mal bestimmen. Ich nehme mal das hier. Ich werde das allerdings etwas verkleinern. Der soll nur das hier machen. So. Zwei Kolonisten sind jetzt schon unterernährt. Das ist schlecht, aber Loveless ist fertig. Sie hat das hier erkundet. Gut, gut, hier gäbe es weitere Lebens-, ähm, ja, Jod-Tabletten und eine weitere Aufreißer-Geschichte hier. Naja. Ich glaube, ich werde einfach erstmal hier diesen Sektor erkunden. Einfach erstmal gucken, was hier, was hier noch so Sache ist. Makida ist auf dem Weg weiterhin. Mancheinend hat sie jetzt einen schnelleren Weg gefunden, oder wie sehe ich das jetzt? Platy ist auch auf dem Weg. Sehr gut. Na gut. Wir brauchen echt dringend mal ein paar Forschungspunkte. Wir hätten jetzt auch 700 Silber. Stopp. Könnten also theoretisch tatsächlich uns um die, um weitere Spezialisten bemühen. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte, möchte das lieber auf der hohen Kante haben für Notfälle. Was haben wir denn hier hinten? Oh. Ein Sandwurm. Riesiger, mutierter, tausend Füße, der seine Opfer aus dem Untergrund heraus angreift. Ich meine, Antonio ist ja wenigstens schon mal einer, der sich wehren kann, aber... Ah. Der ist jetzt hier wegen dieses Radiuses. Vielleicht sollte ich dem doch was anderes zu tun geben. Da sollten wir die erstmal in diese Richtung noch nicht schicken. Und nehmen stattdessen lieber hier die Beeren. So. Wobei, vielleicht können wir den Radius ja so anpassen, dass die nicht durch diese Verstrahlung durchlaufen, wisst ihr? Oder nicht so sehr zumindest. Also ganz vermeiden lässt sich es wahrscheinlich gar nicht. Das sei denn, ich mache es halt ganz klein. So. Ah. Okay. Bailor könnte ja mal mithelfen hier hinten. Bei dieser Geschichte. Ja, der ist jetzt verletzt. Oh. Da ist der Sandwurm wieder verschwunden. Ach, hier ist er. Ah, der kommt dann immer nur hoch. Okay. Der sieht aber auch maximal gefährlich aus, ne? Eieieiei. Oh Gott. Ich meine, Bailor macht schon mal ganz gut Schaden, ne? Aber. Ob der das schafft? Der Berg hat da was aufgebraucht. Kümmern wir uns gleich drum. Ich würde interessieren, ob die abhauen, wenn sie einen gewissen Gesundheitswert unterschreiten. Na, machen sie offenbar nicht. Dann sollte ich ihn vielleicht manuell hier mal wegschicken. Dann soll er lieber mal hier lang. Rennen, rennen, rennen. Uh, uh, uh. Oh Gott, hoffentlich wird jetzt die nicht gleich angegriffen. Weil es im Radius ist. Na, offenbar nicht. Aber der Sandwurm bleibt auch da, ne? Ich hoffe mal, der verliert, bekommt jetzt nicht irgendwie auf einmal wieder seine Gesundheit zurück. Naja. Haben die hier hinten noch was zu tun? Das sind ja die mit dem Holz, genau. Und das ist das Essen. Naja, wir hätten hier noch ein bisschen was, aber wir könnten das auch so machen. Dann wären die beiden Büsche mit drin. Da sind schon drei Kolonisten unterernährt. Und ich wüsste jetzt nicht... Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade tun soll dagegen. Oh, schaut mal, Leute. Da gibt es gute Werkzeuge. Es gibt ja verschiedene... Ähm, ja, Sachen. Verschiedene Stufen. Das ist hervorragendes Werkzeug. Das hält ja sogar noch länger. Aber das ist welches, das man über so einen, ähm, Außenposten offenbar abbaut. Immer wenn dieses Zahnrad drumrum ist, dann ist es das. Hier hinten wäre noch ein Ort, an dem wir abbauen könnten. Da würde sie nochmal 20 Schaden nehmen, aber das könnte sie verkraften. Dann nehmen wir uns doch mal gleich unser Auto. Dann hätten wir nämlich nochmal gleich ein bisschen mehr Forschung, wisst ihr? Das ist mir, denke ich, wert. So, Auto. Brumm, brumm. Auf geht's. So, können wir uns jetzt hier schnappen? Ja, sie kann den Wagen verlassen. Aber sie schafft es noch nicht hier rein, okay. Naja, nächste Runde dann, ne? Dann ist sie nur noch bei 20 Lebenspunkten. Dann muss ich sie auch langsam wirklich heimschicken. Das mit den Jotabletten macht bei ihr relativ wenig Sinn, weil sie nicht so gut... Also sie hat zwar 100% Abbauquote, aber... Das geht halt auch besser, ne? Oh, ich sehe gerade. Ähm. Eigentlich wollte ich gerade sagen, dass unser Holzlager kein Holz mehr im Umkreis hat, aber... Ja, danke auch, lieber Meteorit, dass du uns schon wieder unsere Kolonie zerstörst. Ich lasse ihn jetzt mal diesen Wald abholzen, denn meine Idee ist, dass ich hier Felder anlege, denn dort ist ja die Bodenfruchtbarkeit recht hoch. Ich denke, das wird sich dann am meisten lohnen. Zwei Kinder wurden geboren. Ui. Vielleicht zwei auf einmal. Und das kurz nach dem Meteoritnerabsturz hier. Mann, Mann. Ach so, da fällt mir gerade ein. Wir können ja den Radius hier erhöhen. Vielleicht könnten wir hier diese Arbeitszone auch nochmal ein bisschen vergrößern. Oh, tatsächlich. Schaut mal. Dann könnte ich nämlich all diese Gebäude hier in der Siedlung mit einem Instandhaltungswerk versorgen. Vorrat an Kleidung geht zu Ende, sagt er uns. Ja, das ist, ähm, traurig. Aber da können wir jetzt gerade nichts tun. Okay. 361 Forschung sind es immerhin. Also das lohnt sich dann auch. Dafür lohnt es sich doch, verstrahlt zu werden, oder? Ich glaube, der wird uns das jetzt jedes Mal sagen, wenn hier einer weniger wird bei der Kleidung. Aber zwei unserer Kolonisten sind wieder bereit. Also, Platy hat was erforscht. Hier gibt es Komponenten. Was auch immer das bedeutet. Jo, Tabletten, jede Menge Medikamente. Also mit ihr, hier finden wir irgendwie immer nur Medikamente. Ich meine, ich habe nichts dagegen, ne, dass wir Medikamente finden. Nur suche ich halt eigentlich was anderes. Naja, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann lassen wir das natürlich hier nicht einfach liegen. Machen wir das halt so. Markeda? Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein... Wie, Blitze? Okay. Ist das ein krasser Sturm hier? Ich weiß auch nicht. Showtime, sagt sie. Cool. Und Loveless kann auch loslegen. Auf geht's. Da sie ja nur einen Tag braucht, kann sie das noch wegstecken. Wäre jetzt was anderes, wenn sie nicht so gut im Forschungsabbau wäre. Drei Kolonisten verstrahlt, drei unterernährt. Wir haben auch nur noch eine Kleidung. Vier Kolonisten sind unterernährt. Aber einen habe ich hier gerade rein gehen sehen. Zeig mal. Die ist verstrahlt, okay. Und hier Tim. Der ist unterernährt. Und verstrahlt. Okay. Und da ist keiner drin. Also offenbar zählt unterernährung nicht als Krankheit, die in einem medizinischen Zelt behandelt wird. Klar wäre jetzt auch ein bisschen komisch, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass sie ihn vielleicht ein bisschen aufpäppeln können. Oder ihm wenigstens mal sagen sollen, dass wir was Gescheites essen sollen. Hm. Scheint nicht der Fall zu sein. Oh. Ach, wir haben das erste bisschen Forschung bekommen. Dadurch fing jetzt die Metallplündung an. Das heißt auch, dass wir das nächste schon mal einplanen können. Tja, die Frage ist, wie machen wir weiter? Nehmen wir erst das Handwerk. Da brauchen wir natürlich erst mal Metall. Gut, ich meine, das wird ja jetzt erforscht. Oder wir kümmern uns um die Nahrung. Was wahrscheinlich nicht minder wichtig ist. Ich würde mal sagen, wir machen direkt danach erst mal mit der Landwirtschaft weiter. Und danach dann wieder mit dem Handwerk vielleicht. Jetzt haben wir ja auch erst mal ein paar Leute, die hier arbeiten können, ne? Ah ja. Heilende Hände. 50 Kolonisten geheilt. Sehr schön. Hat uns wieder was gebracht. Ja, Metallplündung ist abgeschossen. Unsere Spezialisten sind einsatzbereit. Ja, ein Spezialist in Gefahr, das ist Lovelace, die hier ziemlich in Mitleidenschaft gebracht ist. Gut. Aber wir können jetzt Metall abbauen. Ein Schürfzug hier. Der produziert Metall und... Ist es Abfall? Kann ich nicht erkennen. Schwer zu sagen. Ähm, die Frage ist, wo bauen wir ihn hin? Weil, ich meine, das ist hier weit hin... weit weg natürlich. Aber auf der anderen Seite bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir hier rundherum noch viel Metall finden werden. Also es macht wahrscheinlich relativ wenig Sinn, sich da komplett drauf zu verlassen. Lass uns mal nochmal auf die Bodenfruchtbarkeit gucken. Dann können sie halt zum Beispiel auch hier oben hinstellen. Na? Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Die haben halt einen relativ weiten Weg dann dahin. Aber den haben sie wahrscheinlich so oder so. Weil sie müssen ja auch dahin kommen. Hm. Sehr unschlüssig. Also ich bin echt immer ein bisschen überlegen, ist es besser, dieses Ding hier... Oh, da sieht man schon überall die Bodenfruchtbarkeiten. Das ist ja krass. Selbst da, wo ich es noch nicht erkundet habe. Ah ja. Bringt es mehr, mir jetzt zum Beispiel das hier hinzustellen? Beziehungsweise hier hin, weil ja hier dieses... Oder naja, gut, in die Nähe zumindest. Weil dann der Weg zwischen dem Metall und diesem Arbeitsort nicht so weit ist. Oder mache ich es hier hin? Dann ist natürlich der Arbeitsweg zum Metall recht hoch. Hm. Aber... Ich meine, wir wissen halt wirklich nicht, was danach kommt. Vielleicht ist hier noch ein Haufen Metall. Vielleicht ist es aber auch das Einzige. Und für den Rest müssen sie dann hier oben hingehen. Das ist halt die Frage, ne? Hm. Hier ist halt auch ein Haufen Verschmutzung drumrum. Ich baue es jetzt mal hier hin. Ich weiß es einfach nicht besser, Leute. Ich mache das jetzt so. Produziert das eigentlich Verschmutzung? Das sollte ich vielleicht vorher mal klären, ne? Nee. Mach das nicht. Dann kommt hier nochmal eine Straße hin. Und die Bodenfruchtbarkeit stellen wir wieder ab. So. Jetzt. Wir haben keine Kleidung mehr. Unser Kolonist hier ist fertig. Damit haben wir auch ein bisschen weitere Forschung bekommen. Keine Währung gefunden. Das ist in Ordnung. Tja. Ich meine, dreieinhalb Tage wird sie dafür brauchen. Ich muss natürlich auch irgendwann mal zurückkommen mit dem ganzen Zeug, was sie gesammelt hat. Und vor allem sich auch mal heilen lassen. Das wollen wir mal mit ihr machen, ne? Also ich glaube, ich würde eher dazu tendieren, sie jetzt mal nach Hause zu bringen. So. Das wird natürlich auch mit dem Auto noch eine ganze Weile dauern. Das Auto ist noch behalber Gesundheit. Also ein bisschen könnte es noch. Wir haben ja mal, glaube ich, in der Kolonie noch keine Möglichkeit, das Auto zu reparieren. Denn ich habe festgestellt. Moment. Hier. Bei der Forschung habe ich das entdeckt. Oh, wo waren das jetzt nochmal genau? Dass man hier, das Motorisierung, genau. Dass man hinten jetzt diese Motorisierungserforschung, damit kann man eine Garage bauen und dann auch Fahrzeuge reparieren. Aber das ist halt hier hinten, ne? Also ihr seht ja, wie weit der Weg dahin ist und wir sind jetzt halt gerade mal hier vorne angekommen. Tja. Naja, übrigens, ich wollte ja das Handwerk hier, die Forschungswarteliste aufnehmen. Das machen wir jetzt auch schon mal gleich. Auch wenn das jetzt nicht sofort klappen wird, denn wir haben noch 119 Forschungen. Ist also wieder dieses Problem, ne? Aber immerhin sind wir bald dazu in der Lage, Landwirtschaft zu betreiben. Und vor allem das Metall hier abzubauen. Plündert Metall und Abfallstoffe aus Metalllagern. Die Frage ist nur, was macht man mit den Abfallstoffen? Entweder vielleicht aus der Forschung schlau. Müllauswertung vielleicht. Also noch habe ich es nicht verstanden, was ich mit den Abfallstoffen machen kann. Ah, hier, Produktion von Teilen. Die Werkstatt verarbeitet mithilfe von Energie die als Nebenprodukte des Schürfzugs anfallenden Abfallstoffe zu mechanischen Teilen, die für fortschrittlichen Bau und die Herstellung von Gegenständen erforderlich sind. Aha. Energie braucht man dazu allerdings. Betonplünderung ist natürlich auch nett. Tauschhandel. Ah. Ja, Mensch. Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten noch, die wir da haben. Ne? Wir haben mittlerweile fünf Kolonisten unterernährt. Aber was ich dagegen tun soll, ist mir jetzt nicht so ganz klar. Der Schürfzug ist fast fertig. Anscheinend machen sie gerade Pause. Jetzt. Braucht natürlich erstmal eine Arbeitszone. Hier hinten. Darf er hin. Viel Spaß. Werden auch gleich noch eine zweite Person einstellen. Dann wird das Ganze auch etwas schneller gehen. Baylor ist immer noch am Plündern. Das ist gut. Aber er ist jetzt auch wieder gesund. Wir könnten ihn ja wieder auf den Sandwurm loshetzen. Wo ist denn der? Der war doch hier. Genau. Sandwurm. Hoffentlich hat der sich jetzt mittlerweile nicht regeneriert. Das wäre sonst irgendwie ein bisschen doof, ne? Was ist denn jetzt wieder los? Da ist auch ein Sandwurm. Ach du Scheiße. Na, das ist ja der ultimative Fail. Jetzt habe ich mich so gefreut über mein Metall. Dann habe ich hier noch einen Sandwurm, den ich bekämpfen muss. Okay, Leute. Dann muss ich euch leider kurz mal zurückhalten. Oh, hoffentlich killt es den jetzt nicht gleich. Der ist weg. Und jetzt wird sie natürlich hier auch noch einmal angegriffen. Oh mein Gott. Gut, aber wenigstens der ist ja so gut wie tot. Also er hat sich offenbar nicht regeneriert. Puh. Gut, den sind wir los. 104 Mehlwürmer. Boah, das hört sich echt gar nicht so lecker an, ne? Okay, wir haben hier ein Lebensmittellager, die die Abbauzone. Dann sage ich ihm mal, dass er das hier abbauen soll. Ja. Oh Gott. Hier ist er. Er läuft jetzt hier schon wieder lang. Oh Mann, ey. Gut, also sobald Baylor wieder gesund ist, schicke ich ihn dann hier hin zum nächsten Sandwurm. Vielleicht schicken wir ihm zur Verstärkung einfach auch noch die anderen mit. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Na, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Kann man das irgendwie vorher sehen? Das, wo hier, wo hier Gefahren lauern. Ist das vielleicht eine Karte? Ne, ne? Lebewesen. Leute, schaut mal. Hier gibt es eine Lebewesenkarte. Da sieht man zum Beispiel hier diese Hirsche, die sind ja recht ungefährlich. Ich glaube, die greifen nur an, wenn sie angegriffen werden. Und dann sieht man hier zum Beispiel ist ein Sandwurm. Was ist hier? Da ist auch ein Sandwurm. Das heißt, bis wir zu diesem Metall kommen, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Das heißt aber auch, ich kann jetzt mal gucken, wo hier noch Gefahren lauern. Hier ist noch ein Wildschwein. Das ist aber nicht weiter gefährlich. Ja, gut. Wenigstens können wir uns darüber informieren, wo hier was ist, ne? Ja. Sind wieder ein paar Sachen passiert. Die Grundlagen der Landwirtschaft wurden erforscht. Hm. Ich würde gerne hier auf der Karte machen wir das denn? Moment mal. Ich brauche mal kurz meine Bodenfruchtbarkeit. Hier. Hier würde ich ja gerne meine Felder aufbauen. Wenigstens mal eins fürs Erste. Kann das auch hier drunter machen? Ja. Ich möchte es natürlich möglichst platzsparend machen. Das geht auch noch. Das hier würde ich sagen. So. Das dauert natürlich auf eine Weile, bis der Bauer dann da ist. Wartet auf einen Bauer. Hm. Unterdessen schauen wir uns mal die Spezialisten an. Markeda hat nämlich die Feinde auf der Karte besiegt. Und damit ist auch diese Flugzeughalle frei. Äh. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das alte Problem. Sie hat 29 von 100 Lebenspunkten. Da würde sie 30 verlieren in der Zeit. Das schafft sie also. Dass sie aber vorher nochmal die Schokoriegel abbauen dauert zwei Tage. Dann passt das auch. Alle anderen scheinen hier noch beschäftigt zu sein. Außer Baelor. Baelor ist wieder bereit. Wo war denn jetzt das Vieh? Das war hier. Der nächste Sandwurm für dich. Ach ja, und ich wollte ihn ja unterstützen. Okay, Tim ist fast bei voller Gesundheit. die müssen jetzt hier einfach mal los. Und hier Archie ist nicht bei voller Gesundheit. Den schicke ich nicht. James ist auch nicht bei voller Gesundheit. Es dauert lange, bis die wieder geheilt sind, ne? 99 von 100 ist ganz okay. Wie sind das scheiß, die hier? Jetzt ist April auch noch verstrahlt. Aber immerhin, es sind nur noch vier Kolonisten unterernährt und nicht mehr fünf. Also vielleicht ist das auch wieder reversibel. Vielleicht waren es die Mählwürmer, die jetzt hier helfen. Sekunde. Eins nach dem anderen. Ja, Landwirtschaft. Da haben wir jetzt einen Arbeiter. Dwayne kümmert sich hier. Wir müssen jetzt hier eine Fruchtfolge auswählen. Was haben wir denn zur Auswahl? Okay, wir hätten Mais. Wächst schnell, kann in kurzer Zeit mehrere kleine Ernten hervorbringen. Also man sieht jetzt jedes von diesen Früchten hat halt gewisse Vor- und Nachteile. Mais zum Beispiel scheint nicht sehr widerstandsfähig zu sein. bringt einen mittelmäßigen Ertrag, ist aber halt recht schnell. Verschmutzung generiert das offenbar. Aber das tun ja einige von denen. Kartoffeln sind langsam im Wachsen, aber sehr widerstandsfähig. Ich glaube, das ist dann sowas, wenn Winter ist. Ja, sind sehr resistent gegen das Verdorren in Katastrophen. Das ist meist schon mal nicht. Mehl, Weizen muss zum Mehl verarbeitet werden. ist im Moment also noch nicht nützlich. Flachs während Fasern, aber wir haben 360 Fasern, da mache ich mir jetzt noch nicht so viel Sorgen. Und genießbare Pflanze, die als Rohstoff für die Herstellung von Öl verwendet wird. Das hilft uns also auch noch nicht so richtig. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem Mais an. Erstmal was, was schnell wächst. Und wenn wir dann weitere Leute haben, dann kümmern wir uns um weitere Früchte. Nun gut, ich würde sagen, dass diese neue Quest, das schauen wir uns alles beim nächsten Mal an. Bis dann, macht's gut, eure Miri.